Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen The Messenger weiter. Das hier ist eine neue Aufnahmesitzung, deswegen zeige ich euch mal wieder den Spielstand, weil ich das jetzt auch das allererste Mal gesehen habe und relativ interessant gefunden habe. Wir sehen hier halt meine Lebensenergie auf der linken Seite, wir sehen wie viele Zeitscherben wir aktuell besitzen, wir sehen die Spielzeit insgesamt, wir sehen, dass ich vier von diesen grünen Symboldingern eingesammelt habe, wir sehen, dass wir im Federpilz-Sumpf zur Zeit sind und dann haben wir halt noch diese anderen Symbole da. Achso, die obere Reihe, das sind die Gegenstände, die wir haben. Die Schriftrolle, die Kletterkrallen, mit denen wir uns überall festhalten können und der Fliegeranzug, mit dem wir gleiten können. Und dann eben noch, dass wir dem einen lustigen Phobie-Vieh begegnet sind, von denen es wohl scheinbar auch irgendwie mehrere im Spiel geben soll. Na gut, wir machen dann jetzt an der Stelle einfach mal weiter. Wie gesagt, wir sind jetzt im Federpilz-Sumpf und jetzt schauen wir einfach mal, ob wir hier unbeschadet durchkommen oder nicht. Hauptsala, es wäre zumindest furchtbar schön und nett. Und eben gerade noch vor der Aufnahmesitzung musste ich erstmal so einen kleinen Herz-Casper-Moment durchleben. Denn ich habe ganz normal meine Playstation wie immer halt angeschlossen und mir so gedacht, ja gut, dann nimmst du jetzt halt auf. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, dass die Playstation nur ein schwarzes Bild ausgegeben hat. Und das ist ein nicht so tolles Gefühl. Weil dann gingen mir schon diverse Sachen durch den Kopf. Insbesondere dann so Sachen wie, oh mein Gott, muss ich jetzt vielleicht doch schneller als gedacht irgendwie noch zu einer Playstation 5 wechseln? Oder kriege ich irgendwie meine PS4 nochmal zum Laufen? Es war aber tatsächlich wohl nur, in Anführungszeichen, meine Capture-Card, die in dem Moment Mist gebaut hat. Aber darauf sollst du dann auch erstmal kommen. Ich habe es dann einfach herausgefunden, indem ich das HDMI-Kabel von meiner Playstation halt mal direkt in den Fernseher reingesteckt habe, ohne die Capture-Card. Und dann habe ich ein Bild angezeigt bekommen gehabt und dann war wieder alles schick. Und dann habe ich nur die Capture-Card neu gestartet und dann hatte ich auch wieder ein Bild. Aber Holla die Waldfee, das sind so Momente, auf die hat man, aua, auf die hat man im Allgemeinen eher wenig Lust. Das kann ich euch sagen. Ich meine, es wäre mir immer noch lieber gewesen, wenn es tatsächlich nur die Capture-Card ist, die die Mücke gemacht hat, als wenn es jetzt die komplette Playstation gewesen wäre. Aber, naja, beides wäre jetzt nicht unbedingt eine Investition gewesen, die ich gerne getätigt hätte, sagen wir es mal so. Von daher passt das jetzt in dem Moment erstmal, dass ich jetzt erstmal um eine Neuanschöpfung drumherum komme. Und das ist für mich ganz schön. So, hoffentlich bleibt das aber auch so. Das ist halt immer so die Sache. Ich habe ja einige Konsolen rumstehen, insbesondere auch ältere Konsolen, die ich jetzt teilweise auch schon ein Jahr oder zwei Jahre oder so nicht mehr in Benutzung hatte. Und von denen ich de facto eigentlich gar nicht weiß, ob die noch, ob die noch funktionieren. Ähm, ist halt ein ungutes Gefühl, wenn ich die mal irgendwann tatsächlich für, also entweder einfach für, aus Lust an der Freude, ähm, wenn ich die mal irgendwann aufbauen möchte. Oder, kann ich das hier kaputt machen? Nee. Das hier ist der gute alte Buro-Kreis aus Super Mario World. Das ist ja süß. Ähm, ii. Ist ein ungutes Gefühl, einfach zu wissen, wenn ich die Konsolen irgendwann mal aufbaue, aufbauen sollte, weil ich sie halt mal brauche oder weil ich halt mal Spaß, aus Spaß an der Freude die Spiele spielen will, die alten Spiele. Ähm, ist ein ungutes Gefühl, einfach nicht hundertprozentig zu wissen, ob die dann noch tatsächlich funktionieren oder nicht. Aber, nun gut. Ach, wisst ihr, eigentlich wollte ich was ausprobieren. Ach, verdammt, ich hab nicht dran gedacht. Eigentlich wollte ich was ausprobieren. Beim letzten Mal war mir nämlich, mir war nämlich was aufgefallen. Das hatte ich mir erst im Nachhinein dann, ähm, erst im Video hatte ich dann diesen, also, als ich mir dann das Video beim Bearbeiten dann nochmal angeguckt habe, äh, da kam ich dann eben so drauf. Nämlich die Tatsache, dass ich, glaube ich, an der einen Stelle, so wie ich es schon angedeutet hatte, tatsächlich durch den Sand hätte abkürzen können, vermutlich. Also, was heißt abkürzen? Ich hätte eine Passage finden können oder öffnen können, mit der ich, oh Gott, Mann, eine Passage öffnen können, mit der ich wahrscheinlich irgendeinen Bonus gefunden hätte oder so. Ja, gut, okay. Jetzt bin ich schon vorbei, sei es drum. Passt schon. Ähm, wow. Ich werde es überleben. Immer so davon ausgehend, dass ich hier nicht alles finden werde, also was soll's. Dann brauchst du etwas. Ja, ich kann mal kurz gucken. Aber mit 158 Zeitscherben komme ich noch nicht weit. Na gut, dafür habe ich ja ganz viel anderen Kram mittlerweile gekauft. Reden will der Händler mit mir auch nicht. Dann passt das schon. Wow. Also, irgendwie nerven diese, wow, blauen Kollegen doch mehr als gedacht. Ist hier etwas, was ich, nee. Ich sag kurz, hätte ich so aus, als hätte ich dort irgendwas aufbrechen können. Aber egal. Es ist jedenfalls blöd, als jemand, der viele Videospielkonsolen besitzt. Das ist auch so ein Ding, worüber ich mir in letzter Zeit immer mal wieder Gedanken gemacht habe. Weil ich gehöre leider zu den Leuten, die ihre Konsolen... Wow, 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 wow. Ich gehöre leider auch zu den Leuten... Scheiße, 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 scheiße. Okay. Wir warten mal kurz. Und ich gehöre leider zu den Leuten, die die meisten ihrer Konsolen aufgebaut haben. Das heißt, die stehen in meinem Fernsehschränkchen, halt unter meinem Fernseher. Aber was anderes als, äh... Wie gesagt, ich habe hier sowieso nicht alle permanent in Benutzung. Das heißt, die fressen eigentlich ziemlich viel Staub. Und ansonsten stehen sie einfach nur rum. Das scheint mir nicht der perfekte Weg zu sein, eigentlich, um die aufzubewahren. Aber, ja, weiß auch nicht. Ob ich die dann einfach wieder alle in ihren Karton verfrachten soll. Aber dann stehen die auch in irgendeiner ranzigen Ecke die ganze Zeit rum. Und dann besteht vielleicht noch mehr die Gefahr, dass ich sie länger nicht benutze. Oder bringt es überhaupt was, sie ab und zu zu benutzen? Das Unvermeidliche wird dann sowieso irgendwann sein. Irgendwann kann ich sie halt nicht mehr nutzen, weil sie dann das Zeitliche segnen. Und dann ist die andere Frage, findet man dann noch jemanden, der sie für einen repariert? Oder ist dann wirklich vorbei? Und man muss dann irgendwann in Zukunft zwangsläufig auf Emulatoren zurückgreifen oder so? Also, es ist, es ist blöd. Der Lauf der Zeit, das ist so eine Sache. Das kann man halt leider nicht verhindern. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich sowas von tot. Ich bin gleich sowas von tot. Das ist irgendwie blöd. Scheiße. Es war so klar. Yay. Sah dieses Geschoss etwa wie ein Haltrank aus? Machen wir nicht fertig. Oh. Und dann direkt wieder hier. Mein Gott. So. Ähm. Frage ist nur. Gehe ich jetzt hier hinten? Toll. Gehe ich jetzt hier hinten in die Ecke rein? Wow. Oder nicht? Diese Stelle hier ist echt mies. Muss ich mal so sagen. Die ollen Pilze, die nerven schon extrem. Hier, die Ecke meine ich. Eigentlich ist es blöd, dorthin zu gehen. Wow, 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 wow. Äh. Schießt du nach unten? Du schießt nach unten. Aber so richtig kannst du auch nicht schießen, weil, äh. Wegen dem Pilz. Ich gehe mal dort oben nicht in die Ecke. Bringt mir jetzt unmittelbar erst mal nix. Äh. So richtig heilen kann ich mich hier aber auch nirgends. Doch, Moment, hier habe ich Energie bekommen. Ach, das war mir gar nicht so bewusst. Vielleicht, weil ich da schon volle Lebensenergie hatte oder so. Keine Ahnung. So, wir machen mal ein bisschen schneller. Genau. Die roten gehen mir ein bisschen mehr auf den Sack, weil deren Schüsse unberechenbar sind. Oh, äh, Moment, so? Ja, scheint richtig zu sein. Okay. Ein Speicherpunkt mal wieder wäre ganz nett. Äh, wow. Okay, cool. Ja, meint ihr, hier ist ein Geheimnis unten in der Ecke? Oder ist es auch wieder Schwachsinn? Könnte sein, dass dort unten was ist, aber ich will es nicht ausprobieren. Nicht, solange ich nicht weiß, wo der nächste Speicherpunkt ist. Dafür gehen mir die Pilze zu sehr auf die Nerven. Nein, cool. Wollte ich so nicht. Wow. Schnee-dee-dub. Okay. Speicherpunkt. Gut. Wofür sind diese blauen Flammen da? Das hatte jetzt nichts aber mit meinem Key zu tun oder so, oder? Dieses Key oder Chi hier in dem Spiel? Äh. Ich weiß gerade nicht mehr. Depp, depp, depp. Egal. So. Upsala. Huh. Also jedenfalls, wenn ihr irgendwie Ideen dazu habt, wie man... Hm. Wie man gescheit... ...seine Videospielkonsolen aufbewahren sollte, damit sie möglichst lange ein, äh, schönes, dauerhaftes Leben fristen können, dann... Ja. Könnt ihr mir ja Bescheid sagen. Aber vielleicht muss ich auch tatsächlich einfach mal googeln. Ich bin ja nicht der einzige Mensch auf der Welt, der mehrere Videospielkonsolen besitzt. Didum, didum. So. Äh. Schnups. Schnups. Okay. Der Pilz dort rechts kann mich schon mal nicht treffen. Das ist gut. Also dieser Treibsand hier ist doch auch so ein bisschen unnötig, oder? Ist, naja, er ist genauso groß wie unser Ninja, aber trotzdem, äh, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie man dort drin versinken soll und dann tatsächlich den Löffel abgibt. Also das ergibt in meiner Welt nicht so wirklich Sinn. Okay. Ich kann die Stacheln doch abwehren. Ich dachte die ganze Zeit, ich kann die nicht wirklich abwehren. Aber ich kann die auch ganz normal kaputt hauen, wie alles andere auch. Das ist ja cool. So. Irgendwie gefühltermaßen ist der Sumpf hier auch größer als die anderen Gebiete. Das kann jetzt natürlich auch daran liegen, naja, dass wir jetzt halt mal hier auch generell ein bisschen weiter voranschreiten. Ah, okay, gut, sagte er und stand dann plötzlich vorm Endgegner. Dupdi-dupdi-dup, so, erzähl mir mal was. Brauchst du etwas? Ja, Levelboss. Sei vorsichtig, ich spüre, dass dich ein Gefallener erwartet. Ein Gefallener? So nennen wir die Messenger, deren Mission auf tragische Weise endete und deren Macht durch dämonische Magie verdorben wurde. Warum bist du auf einmal so ernst? Weil es nicht ernster werden kann, als ein skrupelloser Messenger, der gleich auf dich losgeht. Und bei all den Geschichten über eine Nonne, wenn es denn wirklich diese eine Nonne ist? Wovon redest du? Davon, dass du einem Gegner gegenüber trittst, der dir gewachsen ist. Viel Glück! Sehr gut. Okay. Ein gefallener Messenger. Klingt ja spannend. Ähm. Manche Gegner hinterlassen Kugeln, die eine Qi-Ladung wiederherstellen. Tja. Qi-Ladungen durchschlagen ein Ziel. Kontrollpunkte stellen die TP nun bis 5 wieder her und füllen alle Qi-Ladungen auf. Oder Verteidigung Plus. Ja, worauf spare ich jetzt? Ich könnte mir erstmal die Sachen hier so langsam organisieren. oder ich spare jetzt erstmal auf das hier. Verteidigung Plus klingt eigentlich insgesamt geiler als der andere Kram. Ich glaube ich spare jetzt. Yay. Na dann. So. Sieh an, sieh an. Wir haben offenbar einen Eindringling. Du musst hier weg. Es wimmelt hier nur so von Monstern. Oh. Hat dich mein Federpilz erschreckt? Dann stimmt es also? Hahaha. Äh. Gefällt dir meine Armee nicht? Das ist echt schade, weil du ihr nämlich bald beitrittst. Moment mal. Diese Schriftrolle. Das ist doch nicht etwa... Nein. Das ist nicht möglich. Knie nieder vor deiner Königin und empfange den Fluch der Federn. Äh. Hab ich nicht so Lust drauf? Igitt. Okay, sie kann sich dort oben festhalten. Das ist wenig geil. Ja gut. Das ist jetzt aber noch nicht so schlimm. Krieg ich dich irgendwie... Wow. Ah. Das ist halt so die Frage. Nicht zu nah rankommen wäre ganz gut. Aber... Igitt. Wow. Okay. Sie kann mich an einen Pilz verwandeln. Ah. Guck mal. Aber ihre Pflanzen, die können unter Umständen auch Lebensenergie fallen lassen. Das ist ja cool. Äh. So. Wieder kaputt machen. Kommst du runter? Ja, du kommst runter. Und dann kann ich dich wieder ein bisschen treffen. Also am besten treffen und Abstand halten, so wie es aussieht. Weil sobald sie die Peitsche schwingt, macht das böse Aua Aua. Auaah. Miss. Okay. Wie weicht man da gescheit aus? Indem man dann so, genau, zur Seite geht und sich nicht weiter in der Mitte aufhält. So, jetzt kommst du bestimmt wieder runter, ne? Genau. Ach ja, so eine Waffe, die auch noch ein bisschen mehr Reichweite hätte. Wäre cool. Aber ich könnte natürlich genau meine Wurfsterne schicken. Ach, scheiße. Ist klar. Ist klar. Ist klar, dass du plötzlich sowas kannst. Du, du, du. Endgegner, die sich mitten im Kampf plötzlich irgendwelche Spezialstrategien ausdenken, sind mir immer die Liebsten. So, kommst du runter? Nee, immer noch nicht. Interessant. Jetzt kommst du runter. Boah, Hilfe. Nein. Getroffen. Düp, 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 düp. Lebensenergie. Bitte. Keine Lebensenergie. Stattdessen. Aaaaah. Komm schon, komm schon. Wow. Vielermaßen dauert es auch immer länger, sich aus dem komischen Pilz zu befreien. Sie... Wow. Okay. Äh. Ich kann den gar nicht. Wie hätte ich den jetzt besiegen? Ach so. Wie hätte ich den besiegen sollen? Mit dem ersten hätte ich die Höhe und dann... Okay, alles klar. Oh, jetzt bleibt sie auch nur noch oben hängen. Das ist ja witzig. Okay, genau. Dann macht man nämlich so, damit es funktioniert. Okay, ich verstehe. Wenn ich mich in einen Pilz verwandle, bekomme ich davon aber zumindest noch keinen Schaden. Ich würde nur Schaden bekommen, wenn sie mich trifft. Also eigentlich ist der Kampf sehr nett gestaltet. Könnte um einiges schlimmer sein. Oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wow. Okay. Düp, 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 düp. Ähm. Ja. So und so. Jetzt habe ich mal Lebensenergie bekommen. Das ist ja süß. Äh. 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 Oh ja, klar. Und jetzt bin ich fast tot oder was. Nicht dein Ernst. Verdammt. master. Nicht dein Ernst. Ach komm schon. Vielleicht sollst du doch mal in den Laden gehen. Doch ich glaub nicht dass sie Wurstfinger upgrades haben. Das lief eigentlich so gut bis dahin. Und dann so ein Mist. zum schluss dreht sie plötzlich komplett auf so ein bockmist der kampf zieht sich aber auch gefühlt ewig so kommst du runter ja kommst du ja ja treff mich nicht das wäre furchtbar lieb von dir also der kampf an sich bis zur letzten phase ist cool und danach ist es so gefühlt ja kannst glück haben kannst aber auch pech haben ja okay gut die anfängliche phase kriege ich jetzt auch nicht so sonderlich gut hin das lief mir erst mal viel besser jetzt bin ich fast hinüber toll auch lebensenergie ja toll sehr gut gibst du das hast du nur gemacht weil du mich sehen wolltest wie kannst du nur meine gedanken erraten können ich verstehe das ja überhaupt nicht das ist ja irgendwie furchtbar so ich möchte ich möchte gibt es eine möglichkeit nein gibt es nicht schade also ok na gut müsste man sich mal wäre interessant zu wissen ob es eine möglichkeit gibt irgendwie vorzeitig hochzukommen um sie auch zu beackern wenn sie halt oben ist ich habe mich auch gerade gefragt ob es sinnvoll wäre sich immer in pilz verwandeln zu lassen damit sie halt schneller runterkommt weil dann ist sie ja immer direkt auf auf kriegsfuß und hat bock auf mich scheiße scheiße so ist ja direkt dann wieder da dann kommt sie näher dann kann ich sie angreifen aber wahrscheinlich hilft das nicht wirklich das nächste was ich mich gefragt habe ist wann ist der richtige moment um meine wurfsterne zu aktivieren um sie aus der ferne anzugreifen das wäre doch eigentlich auch erst hinten raus dann sinnvoll wenn sie schon viel schaden eingesteckt hat es ist nicht wahr wie habe ich das am anfang so gut hinbekommen zehn tode verhindert quorbel ist der beste jetzt fängt er auch noch mit zählen an warum spiele ich nur noch spiele in denen die leben gezählt werden ich verstehe das nicht gefühltermaßen spiele ich gar nicht naja alvers awakening ist noch nicht so lange her deswegen verzeiht es mir hei 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 wie habe ich das am anfang so gut hinbekommen ich verstehe das nicht das timing war am anfang so gut wie habe ich das hinbekommen ich check es nicht ich gucke es mir gleich selber nochmal auf video an damit ich weiß wie ich das gemacht habe das ist doch scheiße ist das so zack genau zack ja nein ok das war jetzt zumindest ein bisschen besser also zumindest ein kleiner fortschritt war jetzt zu erkennen so moment du kommst hier so angehüpft aha ist es eigentlich ein unterschied ob sie in mich rein läuft oder ob ich von der peitsche getroffen werde wäre auch interessant zu wissen lebensenergie nein keine lebensenergie ok so du kommst runter du machst das mit der peitsche genau du machst das mit der peitsche du machst das mit der peitsche ok gut sie fängt schon an zu leuchten und zu blinken das ist in ordnung wir sind jetzt bei der Phase angelangt. So. Komm mal wieder runter. Ja, schön. Schön, wie ich da fast reingesprungen bin. Ach Gott, der Badako. Und schon wieder fast tot. Wow. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich habe jetzt raus, wie ich zumindest dem ausweichen kann. Ich soll dort eigentlich in der Luft gleiten. Am Anfang war ich noch davon ausgegangen, dass ich mich doch links oder rechts festhalten müsste. Aber das bringt ja gar nichts, weil ich mich ja gar nicht festhalten kann. Wie ich ja dann irgendwie blöderweise gemerkt habe. Scheiße. Ja, nein. Nein. Okay. Wisst ihr, was richtig cool wäre? So ein Lebensenergiebalken für Endgegner. Damit man weiß, wie weit man ist. Oh, scheiße. Jo. Nein. Schade. Ist noch nicht die letzte Phase. Kann ja nicht. Huh. Mhh. Scheiße. Scheiße. Das erste Gehalt ist immer nett. Doch mittlerweile sehe ich hauptsächlich die Arbeit. Ich frage mich, wie viele Texte er eigentlich so drauf hat. Ich fürchte nur, wir werden es früher oder später herausfinden. Oh, scheiße. Also die ist der erste richtige Test. Das gefällt mir mal absolut rein gar nicht. Okay. Gut. Wir machen jetzt an der Stelle eine Pause und setzen unser Abenteuer beim nächsten Mal fort. Hoffentlich dann mit etwas mehr Glück. Vielleicht stehen uns aber auch ein paar Parts bevor. in denen wir gegen sie antreten. Ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. Für den Moment soll es erstmal wieder gewesen sein. Und ich sag dann einfach mal chill mit Öl und hoffentlich bis ganz ganz bald.